Nur wenn du aufstehst, bekommst du die besten Zutaten vom Stadtmarkt. Ein ganz typischer Tag bei mir fängt so um 6.20 Uhr an, da klingelt mein Wecker und mein erster Weg ist tatsächlich auf den Stadtmarkt, der direkt bei mir ums Eck ist. Wir kaufen immer ein paar frische Produkte, damit wir ein bisschen was zum Experimentieren haben im Büro und im Endeffekt wird dann auch immer eine gute Suppe draus, die wir dann mittags alle zusammen essen können. Unsere Idee war ein Produkt für jedermann zu machen, quasi Bio für alle, die Volkssuppe. Das heißt, sehr viel Zutaten, alles Bio, ohne Geschmacksbestärke, ohne Zusätze. Einfach, ehrlich, lecker und wie jeden. Ende 2014 haben wir uns dazu entschlossen, Little Lunch zu starten. Wir sind sehr dankbar, als Brüder gemeinschaftliche Gründe zu haben und das steht auch für Little Lunch für uns im Markt. Es ist einfach ein Familienbetrieb und steht auch für Ehrlichheit und viel Arbeit. Ich liebe es mit meiner Familie zusammenzuarbeiten, weil ich einfach das größte Vertrauen in meiner Familie habe. So großes Vertrauen könnte ich in niemanden anders haben und selbst kleinere Streit sind innerhalb von wenigen Minuten wieder aufgelöst und es macht einfach super Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die man liebt. Ich bin Daniel, ich bin Dennis und wir machen die besten Bio-Suppen, die es gibt.